Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und ich habe eine riesen Überraschung für euch in diesem Video, Leute. Nach 927 Tagen ist es endlich wieder soweit. Epic Games hat diesen Skin in den Shop getan und ihr könnt euch den heute kaufen. Natürlich nur mit dem Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingeben, wäre richtig, richtig korrekt und sehr ehrenhaft von euch, wenn ihr das machen würdet und mit meinem Creator-Code diesen Skin kaufen würdet. Denn, ihr habt schon gemerkt, dieses Video kommt ein bisschen später, weil mein PC Schrott ist. Meine Grafikkarte ist Ciao und ich habe jetzt keine Grafikkarte mehr. Ich muss mir jetzt heute wahrscheinlich neue kaufen gehen und die sind jetzt während der Corona-Zeit nicht gerade so billig und deswegen bin ich absolut am Arsch. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, wäre das sehr, sehr korrekt. Aber, Leute, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, worum es geht und zwar um die Speer-Veteranin, der Recon Expert Skin. Ja, ich habe es ja schon vor langem angekündigt, ja, dieser Skin wird wieder in den Shop kommen und keiner hat an mich geglaubt. Wurde in Season 1 eingeführt und dieser Skin ist heute im Shop. Ihr könnt euch den einfach gönnen für 1200 V-Bucks und ihr kriegt sogar noch einen weiteren Stil dazu. Ohne Kopfbedeckung, dieser Skin ist wirklich einer der letzten OG-Skins, die es noch gibt oder gab im Spiel. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, diesen Skin euch auch zu gönnen und das in der Season 2, Kapitel 2. Sehr, sehr geil. Also, eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Ich weiß, es wird jetzt wieder einige Leute geben, die sagen, ey, aber ich finde das gar nicht so cool und der war doch OG und warum machen die das und ich bin so geil und ich hatte den. Ach komm, heuleise. Für die Leute, die noch Bock drauf haben, diesen Skin zu kaufen, ihr habt die Möglichkeit. Holt euch den. Sehr, sehr korrekt von Epic Games. Natürlich, wie gesagt, 1200 V-Bucks. Wenn ihr noch V-Bucks braucht, dann unten in der Videobeschreibung habe ich die Xbox- und PSN-Karten verlinkt. Könnt ihr bis zu 5 Euro sparen und mich sogar noch damit unterstützen. Und wie gesagt, Leute, schaut auf Instagram vorbei. Meta8YT heiße ich dort, denn da seht ihr, was mit meinem PC gerade abgeht. Ja, und zwar geht er gar nicht ab. Die Grafikkarte ist ciao. Ich weiß nicht warum. Also, ich habe mit meinem Bruder FIFA gezockt und währenddessen war mein PC an und aus dem Nichts hat sie einfach ihren Geist aufgegeben. Sehr ärgerlich. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das Ganze nochmal löse, denn ich brauche diese Grafikkarte, um Videos zu bearbeiten, zu schneiden und auch Videos aufzunehmen. Denn mit meiner Onboard-Grafikkarte von meinem Prozessor läuft das Ganze nicht so rund. Deswegen auch heute ohne Schnitt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze. Ansonsten, wie gesagt, lasst ein Like, dann natürlich auch ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandjob eingeben, um mich kostenlos zu unterstützen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020